Sieh'n, alles dunkel, doch der Wünschele im Kopf ist leider geil. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your voice again, ShadyShay, no one and only. Guys, ich heiße ShadyShay, guys, ShadyShay. We are back again. So, guys, today we're going to be checking out Top 10 Deutsch songs 2010 to 2019. Okay, we're going to check the top, top, top ones. I checked the unbelievably popular ones, world over, that people didn't know about German. And guys, my brain was blown, blown, exploded. But today, yeah, we're going to check more. We're going to check more. Anyway, before we start, make sure you smash likes and give me some love and let's get this started. Okay, let's get it started. So, as usual, first of all, what I do is smash a quick like, do a quick subscribe, okay, and let's go. 2010. Okay. Very pop. This guy's voice, his voice reminds me of Rammstein. I don't know why, but he has this rich tone to it, okay? I'm just going to take you back a little bit again. Yo, I can pop to this. Okay. Yeah, I like that. Das war so schädelisch. Das war ein... Das war ein... Okay. Disco. Ist das nur ich oder er sieht wie ein Timberlake? Wie ein Monster, Monster. Er sieht wie Justin Timberlake. Okay, diesen Mann wieder. Ich liebe seine Sprache. Ich liebe seine Sprache. Ein guter Sprache. Ich liebe meine Sprache. Ich liebe meine Sprache. Ich liebe meine Sprache. Oh, meine Sprache. Die Länge sind extrem短. Aber ich weiß warum sie sind短. Ich weiß warum sie sind短. Es ist wegen des Copyrights. Okay, es gibt ein bestimmtes Sekunden, die man kann benutzen. Okay, wenn... Anyway, wir sehen die Videos. Es gibt ein bestimmtes Sekunden, die man kann benutzen. Sie wissen, ohne Copyrights. Also, ich denke, das ist warum... Wow, das macht mich so viel. Es beginnt mit meinem Gehirn. Okay. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ihr wisst, ich bin überzeugt. Wenn ich in Deutschland gehe, werde ich überleben. Ich liebe die Essen. Ja, ja, ja. Ich meine, was ich gesehen habe, ist es einfach unglaublich. Ich sage, ich liebe die Essen. Sie sagen, oh Shidi, du liebst die Essen. Sie haben sie versucht? Natürlich, ich habe ein paar probiert. Ich habe ein paar probiert. Aber ich werde mich selber probieren, so dass ihr die Leute sehen könnt. Aber ja, ja, ihr habt ihr habt. Anyway, wir reden nicht über die Essen, wir reden über die Musik. 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 Musik, so far, ist sehr beeindruckend. So far, ich liebe sie. Okay, die Sonne, die ich hör, und sogar wenn ich hör, über ein paar Songs, die ihr in der Vergangenheit singt, über die Englisch. Ich dachte, wow. Diese Songs sind eigentlich Englisch. Gut gemacht. Musik. Okay. 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 Die Muskel. Okay. 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 Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Nein. Keine Chance. Boom. Boom. Das ist verrückt. Ey. Ey. Okay. Wie Island Musik. Ey. Ey. So far. Das ist so gut. So gut. So gut. Ey. 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 das ist ein guter Kopf okay ich sehe sie wieder und diese Woche bezeichnen Andreas 2016 okay 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 ich kenne diesen Mann, Mac Foster ich kenne ihn sie werden jetzt mit Drill sie werden mit Drill ohne mein Team und dann und dann Sie merken, die Bete werden schwerer sie werden mehr puncher 2017 Rav Kamura ja, ich kenne diesen Hale Fischer Hale Fischer Mac Foster Hale Fischer ist so schön Bowsa, natürlich natürlich, ich kenne Bowsa wenn ich Bowsa nicht kenne, dann würde ich sagen warum kenne Bowsa nicht? ich kenne ihn 2018 2018 ey ich glaube nicht, dass ich diesen habe ich schon gehört diesen habe ich schon gehört den ich habe schon gehört den 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 2018 den x den den die den 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 rhein natürlich Natürlich in Deutschland, ich habe das gehört Es ist ein Lied Die Glühle Ja, dieser Samara kann von Bra Sie denken so Ich weiß es Apache Q7, Lola Ja, ich habe das gehört Ich habe das gehört Ich habe das gehört Ja, das war die Ihr in Deutschland habt ein Musik von Hits Sie sind gut Sie sind gut mit der Sprache Sie sind sehr entschuldig Ich geh ein Show wie das Ich werde 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 das Ihr wisst euch, ihr wisst euch, ich bin, ich bin. Obwohl, ihr wisst euch, wie war die beste Jahr. Natürlich, 2019 war die beste. Für mich, weil die Beine waren die mehr punchy, mehr bouncy, mehr danceable. Du hast den Dimm, der Dimm, die drill beeinfluen musik. Aber ja, ja, ja. Wichst mir wissen, was war das Biste? Wichst mir wissen, was war das Biste? Auch wenn du mir gezwert. Was war das Biste? und ihr wollt mir reagieren. Ich weiß nicht, ob das ist ein Copyright, ich werde es machen, okay? Schöne es an mir. Das ist dein Junge Shady Shady. Ich wünsche euch die ganze Zeit. Ich wünsche euch ein bisschen Liebe. Peace out.